Die portugiesische Nationalmannschaft hat auch ohne Superstar Cristiano Ronaldo das zweite Spiel in der UEFA Nations League gewonnen und die Tabellenführung mit einem 3 zu 2 Sieg gegen Polen nach 0 zu 1 Rückstand ausgebaut. Für Robert Lewandowski, der sein 100. Länderspiel feierte, war es ein Abend zum Vergessen. UEFA Nations League Partien des 3 Spieltags in der Division A Gruppe 3 Polen, Portugal 2 zu 3 1 zu 2 Die Highlights im Videotore 1 zu 0 Piatek, 18. 1 zu 1 André Silva 31. 1 zu 2 Glick 43. ET 1 zu 3 Bernardo Silva 52. 2 zu 3 Blasz Czikowski 77. Vor 50.000 Zuschauern in Chosso erzielten André Silva 31. und Bernardo Silva 52. die Treffer für die Gäste, zudem unterlief dem Polen Kamil Glick 43. ein Eigentor. Christoph Piatek, 18. hatte die Hausherrin in Führung gebracht, der in der 63. Minute eingewechselte Wolfsburger Jakob Blaszczikowski 77. sorgte noch einmal für Spannung. Der Solegau, die zum Auftakt 1 zu 0 gegen Italien gewonnen hatte, reichen aus den zwei verbleibenden Spielen im November bereits zwei Punkte, um sicher als Gruppensieger in die Playoffs einzuziehen. In Italien und gegen Polen wird ihr etatmäßiger Kapitän Ronaldo erneut fehlen. Der fünfmalige Weltfußballer sieht sich aktuell Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt, die er allerdings vehement bestreitet. Der portugiesische Verband hatte aber ebenso wenig wie Nationaltrainer Fernando Santos einen offiziellen Grund für die Länderspielpause von CR7 genannt. UEFA Nations League Partien des dritten Spieltags in der Division B Gruppe 2, Russland, Schweden 0 zu 0 UEFA Nations League Partien des 3. Spieltags in der Division C Gruppe 1, Israel, Schottland 2 zu 1, 0 zu 1, Tore 0 zu 1, Malgreff 25. 20. Fee 1 zu 1, Peretz 52. 2 zu 1, Tierney 75. ET, Gelb-Rote Karte, Suta 61. Schottland Gruppe 4, Litauen, Rumänien XX, 0 zu 1, Tore 0 zu 1, Cipiciu 13. 1 zu 1, Sulpa 90. 1 zu 2, Maxim 90. 4. Gruppe 4, Montenegro, Serbien 0 zu 2, 0 zu 1, Die Highlights im Video Tore, 0 zu 1, Mitrovic 19. Fee, 0 zu 2, Mitrovic 81. 80. UEFA Nations League Partien des 3. Spieltags in der Division D Gruppe 4, Ferro, Aserbaidschan 0 zu 3, 0 zu 1, Tore 0 zu 1, Oliveira 28. 0 zu 2, Nazarov 67. 0 zu 3, 86. Gruppe 4, Kosovo, Malta X, X 1 zu 0, Tore 1 zu 0, Kololi 30. 3 zu 1, Adios 51. 2 zu 1, Muriki 68. 3 zu 1, Kololi 81. Gelb-Rote Karte, Malf Sud 70. Malta. Werbung Werbung Werbung